hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ich rege mich auf chris animations hört sich nach einer firma an ist die rinne hört sich nach einem türke an ok die ross patrick da war dreimal kett glaube ich gerade zu sehen in klammern ich hoffe ich ich hoffe nicht dass es das ist was ich denke denn wenn es das ist das was ich denke dann ist es richtig scheiße so los geht's rechtes ohr äh äh oof Ja, erledigt! Jawoll! Geile Muke! Gefallt nicht! Ah, meine Frage an euch, ich bin so ein bisschen am überlegen, ob ich Battlefield 4 spielen soll, beziehungsweise Let's Playen soll. Was haltet ihr denn davon? Anstatt hier Black Ops, weil ich meine, okay, wir machen jetzt seit ein paar Folgen Multiplayer. Ob ich ein kleines bisschen Battlefield 4 spielen soll und dann noch Multiplayer, versteht sich. What the hell? Ah, der hockt da in der Ecke, der Arsch. Ja, hättet ihr darauf Bock oder nett oder doch oder nett oder doch, vielleicht... Ich habe ihn nicht gekillt. Ahhhh! Warum rechne ich nicht damit? Ahhhh! Töten! Ahhhh! Blendgranate! Gerade in dem Moment! Sackgesicht, ey! Erschütterungsgranate geworfen! Leere schossen! War nicht meiner. Granate! Huh! Da! Zu viel! Leute! Winne-örg! Oh, fahr! Pooh Herr hat vom urine. Hier ist der Leere! Hallo? Ah, jetzt! Und ja, indirekt! breaths! Lade nach! Ah, schade. Ich habe gedacht, ich habe ihn gekriegt, auch wenn ich geblendet bin. Alter. Alter, was ist hier los? Ah, von da hinten. Meine Fresse, ey. Hier geht gut, Party. Alter, what the fuck? Was ist hier los? Die ist ja so dicker Krieg, älter. Ah, es macht Spaß. Schade. Das geht ja so dick ab. Alter. Was eine geile Runde. Oh, ja, ja. Du, 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 du. Die habe ich gekriegt. Drei, vier. Nein, zwei. weichen die kugel noch ich glaube es ehrlich gesagt nicht ich weiß ganz genau dass die nein Nein! Ah! Why are you not stupid? Fuck! Alter, was hat der für ne Rate? This is fucking awesome! Oh! Zweiter! Yeah! Immerhin etwas! So, gut! Ich mach da mal ne kleine Aufnahmepause, denn ich muss noch dringend die Ponia ausnehmen. In letzter Zeit sind zwei Tage nicht rausgekommen, weil ich weiß es auch nicht warum. Gut! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und ja, cheerio! So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Äh, bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sag ich mal. Äh, du kannst bei mir mal auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken. Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht beim neuen oder beim nächsten Video von mir. 1 2 3 4 4 5 5 Vielen Dank.